Ah, Schietwetter. Hm. Kleine rosa Schnupfen. Ja. Wird ja wohl hier auch ein Zerstörer sein. Ja. Wird ja wohl hier auch ein Zerstörer sein. Du wusstest, dass das Entwicklerstudio von Threadnought in Berlin ist? Ja. Hast du gesehen, weil es Siegesmund, ne? Ja. 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 Traf ich in die Missgeburt nicht? Was? Bei Johnny hat ja auch Torps scheiße. Komm, Bojony, komm. Ach, ja, gut. Drum gelaufen, Bojony, wa? Oh, hoch? Na, fahr nur weiter. Fahr nur weiter. Komm, guck mal, guck mal. Hast du halt gesehen. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaa. Ich fahr mal auf den Bayern drauf. Ja, bitte. Vor dir oder links die? Die am Cap. D22, da ist auch noch so ein Nervenschiff hier. 6,5. Jetzt geh ich gleich auf, mit Sicherheit. Ciao, ihr Männer. Gute Nachtle. Gute Nacht, ciao, ciao. So, Benz, kannst du mit anderen noch mitfahren. Was? Ich geh auch raus jetzt. Ah, okay, alles klar. Also, sei Wus. Bis morgen. Ciao, ciao. Ah, ich werde jetzt erfickt. Ich schick mein Bestes. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Sollten beide Bayern reinlaufen, die Dinger. Ja, das wäre schön, denn... Okay, es hat Gas gegeben, dem ist so. Einer, höchstens. Vielleicht auch gar keiner. Ey, das kann ja nicht sein, wenn ich schon vorhalte, wie blöd. Dass die dann da rauskommen, das gibt's doch alles nicht. Ich ruf gar nichts. Ich ruf gar nicht. those guys in the middle. Wie blöd... Ah, was ist so? Von und? Ich ruf gar nicht. Ah ja, ich ruf gar nicht. Oh, die T221 von uns. Guck die jetzt schnappen. Nice. Gehen wir mal da hinten auf die Mongos. Jetzt erstmal mal da Ruhe. Ja, mach mal. Mach mal. Gehen wir mal. Gehen wir mal gucken, was im Bild drinsteht. Ja, ich versuche mal mit runterzukommen. Schöne Trophäe, jetzt hast du Knäpf nie. Jetzt hast du keine mehr. Oh, Knäpf nie hat sie zerrissen. Dann natze ich mir doch ihr Nebel. So, ich schieße vielleicht bei dir mit. Wow! Okay, so... ... ... Hei und Yook frisst alle drei sehr schön Schade, ich bin nicht über die 100.000, die kommen Das war meine Ich hätte nur eine Kugel von mir treffen müssen Den habe ich mir vorbereitet, der war sowieso schon angeleckt Ich habe schon nicht mehr auf die New Mexico geschossen Ich dachte, gut, dann kann ich auf die Habe ich auch nicht gekriegt, den New Mexico Ich dachte 170 Schaden haben wir noch gefehlt für die 100.000 Da habe ich 78.000 Sind wir beide natürlich weit oben Sehr weit oben sogar Nett Nett war nett Schöne Runde Ja Warum nicht immer so Warum nicht auch auf höheren Stufen Was sind die Möhre hier?